Ich begrüße Sie sehr herzlich, freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind zur Vorstellung der Elektrotechnik. Keine Angst vor Kamera oder Mikrofon oder so, ich werde das hinterher auf meinen YouTube-Kanal hochladen, dazu sage ich auch noch was, aber von Ihnen wird niemand zu sehen sein, zumindest werde ich es so schneiden und wer hinterher seine Stimme auch nicht hören möchte bei einer Fragesession oder so, sagt mir einfach Bescheid und schneide ich das auch raus. Mein Name ist Gerald Oberschmidt, ich bin Professor hier für Elektrotechnik, vertrete im Wesentlichen die Vertiefungsrichtung Nachrichtentechnik, mache aber auch Grundlagen-E-Technik und so weiter, sollten Sie also im Laufe der nächsten Tage hier unterschreiben, dann werden wir uns wahrscheinlich im Januar 2020 im ersten Semester mit Grundlagen-Elektrotechnik 1 sehen. So, womit fange ich an? Mit eigentlich für mich dem Symbol der Elektrotechnik. Hat wahrscheinlich jeder von Ihnen heute schon mehrfach bedient, den Lichtschalter und sich wenig Gedanken darüber gemacht und trotzdem, und so ist die Elektrotechnik, mit einem Fingerschnips einen Menschheitstraum erfüllt, nämlich die Erhellung der Nacht. Also damit fing die Elektrotechnik letztlich auch an, die technische Elektrotechnik fing damit an, dass man plötzlich, dank Thomas Alpha Edison, Nikola Tesla, George Westinghouse und vielen anderen in der Lage war, nachts arbeiten zu können, nachts wirklich sehen, lesen, arbeiten zu können, die Nacht eben nicht mehr tatenlos verbringen zu müssen, wie das in der Höhle noch war, sondern plötzlich einfach wirklich sicheres Licht zu haben und helles Licht zu haben. So, trotzdem ist es völlig unscheinbar. Wir nehmen das jeden Tag so hin, wir machen uns keine Gedanken darüber, was dahinter passiert und da möchte ich Sie ja so ein bisschen darauf hinführen und so ein bisschen erklären, was eigentlich dann in Kraft tritt. Keine Angst, es wird kein Fachvortrag und wie Sie eben auch aktiv das mitgestalten können, auch die Zukunft mitgestalten können. Wir werden auf ein paar große und Megathemen eingehen. Ich habe hier mal so eins genommen, was heute wahrscheinlich in aller Munde ist, die Energiewende und E-Mobility. Große Themen der Elektrotechnik, wo kriege ich diese ja eigentlich edelste Form der Energie her, wie speichere ich sie, ist ein großes Thema, ein ganz schwieriges Thema. Man kann das Ganze natürlich auch darstellen, hier über dampfende Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke. Kommen Sie ruhig rein. Auch das ist Elektrotechnik, aber heute nimmt man natürlich lieber die grüne Wiese und die Windmühlen oder die Windkrafträder, die da die elektrische Energie erzeugen. Wie sie gebraucht wird oder verbraucht wird, jetzt brauchen wir Stühle. Jetzt bräuchten wir noch ein paar Stühle. Achso, der holt. Okay, wie sie gebraucht und verbraucht wird, hier an dem Beispiel eines Elektroautos zu sehen, Sie wissen sicherlich aus der Presse, dass es einige ungelöste Probleme an der Stelle gibt oder Probleme gibt, an denen wir arbeiten können, aber ungelöste Probleme sind ja eigentlich die Herausforderungen für die kommende Generation, also genau das, womit Sie Ihr Geld später verdienen können. Gehen wir ins, das sind ganz profanen Probleme des Lebens, zwei kann ich noch schnell anbieten, da ist noch einer, greifen Sie zu, und einer kann noch dazwischen. Wir haben eben eine größere technische Anlage, das ist nicht die größtmögliche technische elektrotechnische Anlage gesehen, jetzt sehen wir eine der kleinsten möglichen, so ein Chip, so ein typischer Chip, der irgendwelche Speicherbereiche hier hat, der hier angebunden ist über kleine Golddrähtchen an die Außenwelt, damit man eben die Signale rein und raus kriegt, die elektrischen Signale rein und raus kriegt. Auch das sind Elektrotechniker, die an solchen Geräten mitarbeiten, die sich beispielsweise Gedanken machen über das Chip-Layout, die sich Gedanken machen über die Programme da drin, die sich Gedanken machen über die optimale Anbindung oder eben auch über die optimale Verwendung. Dann haben wir es. Ja, ja, dann haben wir es. Für alle Stühle. So. Ja, Sie sehen, wir waren nicht auf so viele Leute vorbereitet. Es ist tatsächlich die größte Gruppe, die ich jetzt so in den einigen Jahren hier hatte. Also es freut mich sehr. Herzlichen Dank dafür. Insbesondere Elektrotechniker, die meisten, die hier Absolventen sein werden, werden sich nicht darum kümmern, wie der Chip innen aussieht, sondern wie man ihn außen beschaltet, also wie man ihn verwendet, wie man ihn richtig verwendet und was man alles für tolle Dinge damit machen kann. Und wenn Sie mal so in die Tasche gucken, was Sie so haben an elektrotechnischen Geräten, haben wir hier einen Autoschlüssel, beispielsweise. Ein Handy hat sicherlich jeder dabei. Der eine oder andere wird einfach so eine Karte dabei haben. Auch das ist was, was wir tagtäglich verwenden und was uns das Leben ein bisschen leichter macht. So, ich habe es schon gezeigt. Das Handy, aber das Handy selber, was hätten Sie davon, wenn Sie ein Smartphone haben, aber kein Netz dahinter ist? Also die wenigsten von Ihnen oder von Absolventen hier werden ernsthaft ein Smartphone entwickeln. Vielleicht etwas in der Gegend, also etwas benutzen, was mit den Netzen kommuniziert, aber wirklich ein Smartphone, wie hier von Samsung gezeigt oder von Apple oder von irgendwen, das werden die wenigsten hier mitentwickeln. Aber in den Netzen dahinter werden Sie aktiv sein. Und das ist ja eigentlich das, was das Phone ausmacht. Es ist zwar toll, so etwas zu haben, es ist auch toll, in der Hosentasche so viel Rechenleistung zu haben, wie vor 20 Jahren, wie der Cray hatte, also Großrechner hatte, aber es nützt Ihnen nichts, wenn die Inhalte nicht da sind. Und wie die Inhalte dahin kommen, die Inhalte selber machen wir Elektrotechnik auch nicht, aber wie die Inhalte dahin kommen, das ist ein Schwerpunkt der Nachrichtentechnik beispielsweise und da könnten Sie mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit aktiv sein. Das ist ein Dinosaurier. Trotzdem ist er natürlich ein Symbol für Kommunikationstechnik, für Fernsehen, für Unterhaltung, für Radiotechnik. Ein Dinosaurier deswegen, weil man diese großtechnischen Anlagen, diese Fernsehtürme so in der Form heute nicht mehr hat, auch nicht mehr braucht. Die Technik ist fortgeschritten. Wenn Sie an Stichworte denken wie DVB, also Digital Video Broadcasting oder DAB, Digital Audio Broadcasting, was Sie als DVB wahrscheinlich alle schon haben, als DAB Angst davor haben, dass es flächendeckend kommt, weil dann das Autoradio abgeschaltet wird, wie man es heute kennt, dann sind diese erweiterten technischen Möglichkeiten, die man heute hat mit DVB und DAB eigentlich der Grund dafür, warum man die Teile heute so in der Form nicht mehr braucht. Aber so, ja, für Mobilfunk oder für Richtfunk werden sie noch genutzt oder eben als hochgelegene Restaurants. Das hat man. Hier ein Beispiel, ist gar nicht so alt, auch das Gerät ist nicht so alt, der Typ auch nicht. Was so bei der Telekom im Keller stattfindet, also was für Geräte da stehen, eben wieder in den Netzen dahinter, womit Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit arbeiten können, also solche Geräte einrichten, damit andere Leute telefonieren können, damit andere Leute die Daten hin und her schaufeln können. Hier geht es um eine Switchmatrix in einem 10 Gigabit Verschaltmechanismus, Add-Drop-Multiplexer. Der ist auch nicht mehr so ganz up-to-date, aber sowas wird heute noch verwendet. Die Megathemen, wenn Sie mal die Presse verfolgen, was heute so in der Presse steht und dann spiegeln, was Sie hier lernen könnten, dann gibt es eine ganze Menge Überdeckung, natürlich nicht 100%, aber eine ganz hohe Menge Überdeckung. Energiewende ist ein elektrotechnisches Thema. HGU, Hochspannungs- und Gleichstromübertragung. Wenn Sie sich überlegen, die Diskussion, wie kriege ich den Strom von der Nordsee, ja eigentlich bis nach Philipsburg und dann weiter in die Haushalte. Da gibt es ja die ganz große Diskussion, wie sollen die Trassen gelegt werden und was für Trassen nehmen wir. So, das sind Riesenthemen heute und Riesenherausforderungen für Elektrotechnik oder in der Elektrotechnik. Elektrotechnik, Smart Grid. Wenn wir das weiterhin so machen, dass man lokal verbrennt, einfach, das ist es ja letztlich, und dann auch da verbraucht, wird man den CO2-Ausstoß nicht reduzieren können. Der Trick in diesen ganzen nachhaltigen Energiegeschichten ist eigentlich, dass man Energie irgendwo erzeugen kann, als Strom auch erzeugen kann. Das ist eine sehr edle und sehr einfache Energieform, die super transportiert werden kann, aber nur sehr schwer gespeichert werden kann. Und wenn wir es schaffen, eben das zusammenzubringen, die nachhaltige Energieerzeugung und dann eben auch die Speicherung und den Verbrauch, dann schaffen wir es, unseren CO2-Footprint deutlich zu reduzieren, was wir wahrscheinlich machen müssen. Mobilität. Sie haben ganz bestimmt verfolgt, was die Deutsche Umwelthilfe so vor Gerichten erreicht hat, dass es Dieselfahrverbote geben kann oder geben wird und man deswegen natürlich mehr und mehr versuchen wird, emissionsfreie oder Autos mit wenig Emissionen zu kriegen. Das ist das Stichwort, ich lern mir gleich einen Stuhl mit, super. Das Stichwort E-Mobility, also elektrisch fahren. Im Prinzip heißt das gar nicht mal, dass man fährt, ohne dass man irgendwelche Emissionen erzeugt, denn die können ja an anderer Stelle erzeugt werden, aber das ist der Trick. Sie werden, wenn sie erzeugt werden, irgendwo erzeugt, wo man sie super reinigen kann, die Abgase, und wo sie eben die Leute nicht so sehr stören, während man dann in die Städte fahren kann, ohne dass dort an dem Auto wirklich die Emissionen erzeugt werden und dann eben die Anwohner belasten. So, in einem Schlagwort, aber was völlig anderes eigentlich, autonomes Fahren, mega elektrotechnisches Thema, die ganze Sensorik, also das Auto muss ja feststellen, da ist ein Fußgänger, da kommt ein anderes Auto, das Auto muss eventuell mitkriegen, da ist eine Ampel, die Ampel ist jetzt rot. Und das kann man natürlich über eine Kamera machen, aber die Ampel kann auch vorher schon sagen, hey, ich bin rot, fahr mal langsam, spar Energie. Oder das Auto sagt, ich komme, jetzt werde mal grün. Solche Dinge. Also diese ganze Geschichte des autonomen Fahrens, der Kommunikation auch im Fahren, der besseren Ausnutzung der Straßen ist ein Riesenthema für Sensoriker, für Automatisierungstechniker, für Nachrichtentechniker. Digitalisierung, auch mega Pressethema, Breitbandausbau, Fiber to the home, also die Glasfaser wird bis zum Hausanschluss gelegt. Man kann darüber denken, wie man möchte, ob man das wirklich braucht, sage ich in meine persönliche Meinung nicht dazu. Aber es ist ein Thema, dass wir überall und an allen Stellen in Deutschland, eigentlich auf der Welt, hohe Datenraten, die Möglichkeiten hoher Datenraten haben wollen, damit wir kommunizieren können, damit wir aktuelle Informationen abrufen können oder eben auch hochladen können. Und solche Stichworte wie 2G, das ist das normale GSM-Handy, Sprachkommunikation, 3G, 4G, 4G sind wir jetzt, haben wir LTE, wenn Sie auf Ihrem Handy so ein LTE sehen oder 4G sehen, dann ist die vierte Generation des Mobilfunks aktiv für Sie und 5G ist gerade im Rollout. Seit einem Vierteljahr ist die erste Spezifikation verfügbar, die erste wirkliche Spezifikation verfügbar. Und wir werden eine 5G-Kommunikationsrevolution erleben und die Elektrotechniker, vor allen Dingen Nachrichtetechniker, können das mitgestalten. Industrie 4.0, das nächste Thema, also Digitalisierung im Produktionsprozess. Die digitale Fabrik, ja, und die, das ist für mich das Schlagwort da eigentlich, Lot Size 1, das heißt also Stückzahl 1. Und das ist für mich der Kern der Industrie 4.0. Ja, was soll das heißen? Stellen Sie sich einen Maßanzug vor. Maßanzug kennt jeder, die wenigsten werden einen haben. Der wird, Sie werden ausgemessen, der wird nach Ihren Vorstellungen genau für Sie geschneidert. Und den gibt es dann genau einmal. Der ist aber auch entsprechend teuer, weil es dann jemanden geben muss, der muss Sie ausmessen, der muss das schneidern, der muss den Job aussuchen und so weiter und so fort. Und wenn Sie es schaffen, den Maßanzug, das Maßauto, das Maßhandy, was auch immer Sie wollen, genau auf die Zugestattung hinzukriegen, aber zu den Kosten wie die Stangenware, weil sehr viel Automation dabei ist, sehr viel ausgeklügelte Logistik dabei ist, sehr viel automatisierte Produktionsprozesse dabei sind, dann haben Sie eigentlich die digitale Fabrik und den Kern von Industrie 4.0 erreicht. Also letztlich das individuelle Produkt, aber zu den Kosten von anderen, von Stangen oder von Massenware. So, und da sind wir Elektrotechniker ganz massiv beteiligt. Sowohl auf der Kommunikationsseite, als auch auf der Automatisierungsseite, als auch auf der Programmseite oder auch überhaupt bei den Produktionsprozessen, wenn es vor allen Dingen um elektrotechnische Produkte geht. Okay, das Internet of Things, das wird zusammen mit der fünften Generation Mobilfunk massiv kommen oder Wireless-Sensor-Networks. Also wir haben es nicht mehr so, dass wie früher Orte miteinander vernetzt werden. Sie haben ein Telefon, eine Telefonzelle, Sie müssen zu dem Ort gehen, können einen anderen Ort anrufen, da ist dann jemand. Wir haben es auch nicht mehr so, dass Personen miteinander vernetzt sind, so wie hier mit dem Handy. Jeder hat sein Handy und wenn Sie jemanden persönlich erreichen wollen, rufen Sie das Handy an. Sondern wir haben es dann mittlerweile so, dass Dinge miteinander kommunizieren. Ich hatte das Beispiel eben schon genannt, Autos sprechen miteinander, Autos sprechen mit Ampeln, Autos handeln aus, wer gerade Vorfahrt hat. Vielleicht ist das sogar ein Geschäftsmodell für Google oder so, dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt tatsächlich die eingebaute Vorfahrt in meinem Auto, das ist deswegen ein bisschen teurer, dafür fahren die anderen auch rechts ran, wenn ich komme. Das könnte man damit realisieren. Ob das so wird, weiß ich nicht. Also das Entscheidende ist hier, die Dinge reden miteinander. Die Waschmaschine redet mit der Wäsche, die Waschmaschine redet mit dem Energieversorger und optimal wird eben eingestellt, wann eben die Wäsche gewaschen wird und wie sie gewaschen wird. Als ein Beispiel. Oder der Kaffee ist schon fertig, wenn Sie morgens aufstehen, weil der Wecker schon weiß, wann Sie aufgestanden sind. So, ob das alles toll ist, ob Sie das alles wollen, ist eine Frage. Aber es sind Problemfelder, in denen Elektrotechniker massiv aktiv werden können. Nicht alleine Elektrotechniker, da sind natürlich auch Maschinenbauer beteiligt, Mechatroniker beteiligt und Informatiker beteiligt. Aber ohne Elektrotechnik wird das alles nichts. Schönes Beispiel, das kann ich jedem empfehlen, der sich für technisch interessiert. Im April ist die große Hannover Messe, die Hannover Industriemesse. Das ist eigentlich die Maschinenbaumesse der Welt. Gehen Sie mal hin, fahren Sie hin und stellen Sie sich vor, was da noch wäre, wenn einer einen Stecker zieht. So, das war jetzt, an was arbeitet man eigentlich? Aber wie arbeitet man als Elektroingenieur? Ganz wichtig, international. Ich will jetzt keine Angst vor Englisch verbreiten, aber es ist in Deutschland als Exportweltmeister einfach völlig üblich, dass man in internationalen Zusammenhängen, meist in der Sprache Englisch, mit internationalen Kollegen zusammenarbeitet, dass man Inder im Team hat, Amerikaner im Team hat, Franzosen, wen auch immer. Man arbeitet in der Regel in Projekten. Also nicht unbedingt nur in einer Abteilungssäule, in der dann steht, so, du musst jetzt heute mal dieses oder jenes machen, sondern man arbeitet mit anderen Menschen zusammen. Das ist ganz wichtig hier, mit anderen Menschen zusammen, an Aufgaben, an Projekten, die man gemeinsam voranbringen will. Da gibt es ein Team von drei bis 300 Leuten, vielleicht sogar noch mehr, die irgendwie zusammenarbeiten müssen, die versuchen müssen, eine Aufgabe zu lösen, also zum Beispiel irgendwie einen Sensor für das autonome Fahren zu entwickeln oder eine Anlage, eine Windkraftanlage zu planen oder aufzubauen oder auch eine andere Anlage aufzubauen oder eben ein Handy oder ein Chip zu entwickeln. Also, und das ist entscheidend hier. Das Studium ist sehr sachorientiert, auch sehr physikorientiert. Arbeiten werden Sie aber immer mit Menschen zusammen. Es wird die allerwenigsten Ingenieure geben, die wirklich, wie man sich das so stereotyp vorstellt, im stillen Kämmerlein sitzen und nur an ihrer kleinen Schaltung da löten und die dann irgendwann nach zwei Jahren fertig ist und die geben die dann ihrem Chef und weiter haben sie keine Kommunikation mit der Außenwelt. Das ist nicht so. Sondern wir arbeiten alle auch sehr kommunikativ zusammen. Natürlich kommunikativ über technische Themen. Wirtschaftliche Zusammenhänge sind wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass Sie alle irgendwie Wirtschaftsingenieurwesen studieren sollen, damit Sie dann ein bisschen BWL können. Aber entscheidend ist natürlich, dass all diese Produkte, die man sich ausdenkt, auch gekauft werden können. Wenn Sie sich irgendwas ausgedacht haben, was schlecht aussieht, zu teuer ist, keiner bezahlen kann, dann wird es kein Erfolg werden. Sondern Sie müssen auch da in den wirtschaftlichen Zusammenhängen denken und müssen überlegen, was kann ich damit machen, wie kann ich einem Kunden einen Mehrwert bescheren und so weiter. Das ist Teil auch des Teams. Individuell wird man sich darüber Gedanken machen müssen, aber natürlich im Team auch. Man arbeitet sehr analytisch, also versucht nicht die Dinge irgendwie gefühlsmäßig zu argumentieren, sondern es gibt eben Fakten. Und die rechnet man auf der Basis der Physik aus. Physik ist, Physik nimmt man hin, man rechnet das aus, man stellt sich was vor, man probiert was aus und dann gibt es dazu klare Ergebnisse, also meist relativ klare Ergebnisse. Und dann kann man aufgrund derer Entscheidungen fällen und damit argumentieren. In der Regel ist man sehr zielorientiert und sachorientiert, also man will ein Produkt haben, man arbeitet an Sachen zusammen. Ja, später, was für Positionen haben Sie? Ich habe es eingangs schon gesagt, Elektrotechnik verändert die Welt. Ich glaube an den Megathemen, die ich aufgeführt habe, haben Sie es auch gesehen, die Welt hat sich geändert in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren und die wird sich auch in den nächsten Jahren weiter ändern und Elektrotechnik ist ein Treiber da drin. Daran können Sie teilhaben. Es gibt so einen prototypischen Gang der Elektroingenieure, der ist aber glaube ich nicht mehr ganz up to date oder gilt nur noch vielleicht für 50% der Leute, dass man zunächst ein Studium macht und dann ist man Entwickler, arbeitet also wirklich an der Entwicklung eines Produktes und entwickelt sich dann weiter als vielleicht Gruppenleiter, Projektmanager, Manager, Abteilungsleiter, vielleicht sogar Unternehmer. Also Werner von Siemens, Elektrotechniker, Unternehmer, bekannte Firma gegründet, wusste damals noch nicht, wie groß die wird zum Beispiel. Aber auch kleinere Unternehmen werden von Elektroingenieuren geführt, geleitet, gegründet. Sie können im Vertrieb arbeiten, also elektrotechnische, erklärungsbedürftige Produkte verkaufen. Sie arbeiten im Kommunikationsbereich, den habe ich glaube ich zu Genüge ausgewalzt, weil es auch mein Steckenpferd ist, im Energiebereich, im Umweltbereich, in der Automatisierung. Also der Bereich ist breit. Ich würde thematisch fast behaupten, es gibt kaum ein Studium, das Ihnen nach dem Studium mehr Entscheidungsmöglichkeiten und mehr Entscheidungsvielfalt ermöglicht als die Elektrotechnik. Das scheint immer so, als wäre Mechatronik so das ganz Breite und dann könnte man sich aussuchen, man will hierhin oder dahin. Ich würde behaupten, das ist nicht so. Ich würde behaupten, die Elektrotechnik ist es. Natürlich stellen Sie schon Weichen vorher, gehe ich mehr Richtung Automatisierungstechnik, also viel Strom, oder gehe ich mehr Richtung Nachrichtentechnik, also wenig Strom. Aber Sie können in den Bereichen relativ gut wechseln und Sie können von großen Motoren, großen Anlagen bis hin zu kleinsten Chips oder Programmen oder Software eigentlich alles machen. mit diesem Studium. Ja, was lernt man, was braucht man dafür? Mathematik. Habe ich nicht ohne Grund ganz oben hingeschrieben. Wir Ingenieure beschreiben die Welt mit mathematischen Methoden. Wir brauchen mathematische Methoden, um die Welt wirklich zu verstehen, die technische Welt zu verstehen, um aber dann auch Vorhersagen für irgendwelche Funktionen von anderen Dingen zu treffen. Also Mathematik ist ganz essentiell, damit Sie irgendwelche Schaltungen berechnen können, damit Sie Algorithmen verstehen können, die funktionieren. In Mathematik würde ich sogar behaupten, in den letzten sicherlich 30, 40 Jahren hat es kaum ein Hightech-Produkt gegeben, das ohne einen mathematischen Algorithmus auskommt. Weil man früher die Schallplatte hatte, die man also tatsächlich ohne große Mathematik verstehen kann, haben wir heute MP3-Player und das ist ohne ein Mathematikstudium fast nicht erklärbar, was da passiert. Dasselbe gilt, früher haben Sie telefoniert, haben Sie ein bisschen Schwingungen auf einer Leitung erzeugt. Heute haben Sie ein Telefon, Mobiltelefonen, da sind Kompressionsalgorithmen dahinter, Abtagsalgorithmen dahinter, Übertragungsalgorithmen dahinter. Das ist ein hochmathematisches Produkt. Physik ist wichtig, wir müssen die Welt wirklich verstehen können, wie sie ist. Und dann natürlich Elektrotechnik. Das sind auch im Prinzip die wichtigsten Fächer im ersten Jahr. Mathematik, um die Grundlagen zu legen, Physik, um die Welt zu verstehen, Elektrotechnik, um mal schon in den Bereich zu gehen, den man dann später auch machen möchte. Also wie funktioniert das mit den Schaltungen, wie ist das mit den kirchhoffschen Gesetzen? Gibt es ja immer noch Debatten. Genau. Wie ist das mit den Feldern drumherum? Wie könnte das mit so einer Antenne aussehen? Und so. Was man später braucht, ist sicherlich, wenn man sich entwickelt im Unternehmen, und die meisten Elektroingenieure entwickeln sich im Unternehmen, also die wenigsten bleiben natürlich 40 Jahre auf der Stelle sitzen, auf der sie angefangen haben, sondern entwickeln sich als Projektmanager, als Teamleiter oder so. Und dann brauchen sie ein bisschen Kenntnis über Betriebswirtschaft, Führungsfähigkeit natürlich. Das ist eine eher menschliche Fähigkeit. Wie kann ich Leute anleiten, sodass sie auch mitmachen? Wie kann ich in Teams arbeiten, damit die Teams auch funktionieren? Also Teamfähigkeit muss man auch entwickeln. Das ist nichts, was man in Vorlesungen, glaube ich, so ohne weiteres lernen kann. Also Betriebswirtschaft natürlich. So, dann werden wir ein bisschen spezieller. Die ersten zwei Jahre, auch da nicht ohne Grund, Mathematik, Elektrotechnik, Physik, wenn Sie das mal zusammenzählen, wie viele Stunden das sind. Sehen Sie, das sind allein 18 Stunden über die ersten zwei Jahre Mathematik, Elektrotechnik. Was haben wir da? 12, 18, sogar noch mehr, 23 Stunden. Physik ist es dann weniger. Das nimmt dann auch ab, weil wir zum Beispiel keine Halbleiterphysik wirklich machen. Wir machen so Atomphysik, Mechanik, Thermodynamik, so ein bisschen, dass man sich so orientieren kann. Viel mehr ist es nicht. Digitaltechnik natürlich, Sie müssen Computer verstehen können. Elektronik, Messtechnik, Informatik, Sie müssen auch programmieren können oder auch mit Computern wirklich umgehen können, Computer wirklich bedienen können. Geschäftsprozesse, wie funktioniert ein Unternehmen? Also ein bisschen BWL-Kenntnisse. Und dann geht es hier schon in die spezielleren Sachen, Systemtheorie, Regelungstechnik, also Systeme verstehen. Das geht in den Bereich der Automatisierungstechnik. Also wie kriege ich es hin, dass tatsächlich eine Maschine die Temperatur hält? Was muss ich tun, damit ein Kühlschrank nicht zu heiß und zu kalt wird? Beispielsweise. Also wie regele ich den? Mikrocomputertechnik, also wie ist im Kern ein Computer aufgebaut? Die allermeisten elektrotechnischen Produkte heutzutage haben irgendwo einen kleinen Computer mit drin, auch einen Elektroherd. Automation, Energietechnik steht, glaube ich, für sich. Kommunikationstechnik, also wie sprechen einzelne Teile, einzelne Maschinen miteinander? Wie kriege ich Daten von A nach B? Und dann geht es in die Spezialisierung, hier die Automation. Man vertieft eben Automation, Regelungssysteme. Wie erlebt eine Maschine die Außenwelt? Sensorik, wie beeinflusst sie sie? Energieaktorik, also wie kriege ich es mit, dass es zu warm wird? Und wie reagiere ich dann da drauf, indem ich zum Beispiel das Fenster schließe? Also was für ein Motorchen muss ich und wie muss ich das Ding ansteuern? Leistungselektronik, wie kriege ich es hin, dass ich viel, also dass so ein Auto mit, was weiß ich, paar hundert PS oder so, das dann elektrisch fahren soll, auch wirklich fährt, ohne dass da irgendwas durchbrennt. Funktionssicherheit, das Auto soll auch nicht vor die Wand fahren, das Flugzeug nicht abstürzen und so, also muss ich Redundanzmechanismen einbauen. Das würde man da lernen und dann eben Vertiefungen. Und hier zwei Studienarbeiten mit jeweils einem Tag die Woche. Da sehen Sie Ergebnisse hier in den Labors, wenn Sie sich hier das angucken. Also Sie haben tatsächlich dann über elf Wochen oder zwölf Wochen, einen Tag in der Woche Zeit, sich um ein Projekt, das Sie sich selber ausgedacht haben oder das da vorne, hier links um die Ecke, da an der Wand vorgeschlagen wird. Sie können sich mit diesem Thema dann einen Tag in der Woche auseinandersetzen und tatsächlich selber was bauen, was programmieren, was immer da vorgeschlagen wurde. Die Nachrichtentechnik, HF-Technik, also Funktechnik letztlich, wie kommen die Daten aus dem Handy raus und da oben in die Antenne rein. Übertragungstechnik, was muss ich tun, damit das auch wirklich funktioniert. Die Signalverarbeitung, also vor allen Dingen auch digitale Signalverarbeitung, wie ist das mit dem MP3-Player, wie ist das mit der CD und so auch hier Funktionssicherheit, Elektronik, ja und auch da die Studienarbeit. Ich muss da nicht auf die Fächer im Detail eingehen, es sind, sei denn Sie wollen es im Detail wissen, dann können wir da gleich noch drüber sprechen. Wir haben 37 duale Partner. Da sind wir jetzt an dem Punkt, wie kommen Sie hier hin zu uns. Wir haben 37 duale Partner für die Elektrotechnik und von zweien sind aktuelle Studenten hier, die auch gleich gerne Reden und Antwort stehen, wenn Sie mögen. Finde ich sehr schön, herzlichen Dank. 33 davon haben noch freie Plätze für das Bewerbungsjahr 2019. Elektrotechnik ist nicht eben überlaufen. Also man muss das ganz klar sagen, wir haben mehr Plätze, auch die Firmen haben mehr Plätze, als wir Bewerber haben. Ich sage einfach mal, genießen Sie es. Und das ist anscheinend auch hinterher so. Also auch die Firmen haben hinterher für Absolventen eher mehr Plätze, als es dann Bewerber und Absolventen gibt. Genießen Sie es, dass das mal so ist in einem Feld. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder Absolvent wirklich den geraden Weg geht, also hier im ersten Semester anfängt und dann tatsächlich nach dem Abschluss auch wirklich bei seiner Firma bleibt, bei der er das Studium gemacht hat. Das ist zwar der häufige Fall und der häufigste Fall, aber das passiert nicht in 100% der Fälle. Vielleicht versteht man sich nicht. Vielleicht hat es eine Umstrukturierung im Unternehmen gegeben, dass das Unternehmen sagt, nee, wir nehmen, egal wie gut du bist, auch mit 1.0, wir nehmen niemanden dieses Jahr. Vielleicht möchte der Student sich umorientieren, noch einen Master machen. Aber es ist so, dass über die Jahre, wo ich das verfolge, am Tag der Zeugnisübergabe, das ist im November, 31. Oktober ist das Studium zu Ende, Mitte November ist dann die Zeugnisübergabe. Am Tag der Zeugnisübergabe hat es keinen Elektrodenkstudenten gegeben, der nicht wusste, was er machen soll. In den letzten Jahren, seit 2011 verfolge ich das. Wir haben eine Bewerberbörse, das ist der zweitbeste Weg, das sage ich ganz klar, der zweitbeste Weg, hier zu einer Stelle zu kommen, Bewerber, die URL ist hier eingeblendet, der beste Weg ist, suchen Sie sich die Firma raus, gucken Sie, was die Firma macht, bewerben Sie sich bei der Firma und wenn Sie dann irgendwie gar nicht wissen oder noch eine Redundanz brauchen oder so, dann schicken Sie eine Bewerbung an die Bewerberbörse hier da rein, da können dann die Firmen auch reingucken und eventuell haben die einen Platz frei und es gibt ein Match und die schreiben Sie an. Aber das ist nur der zweitbeste Weg. Der beste ist, direkt über die Firmen zu gehen. Warum dual? Wir haben eine wunderbare Verzahnung mit den Lehrbetrieben, das ist auch integraler Bestandteil der Ausbildung. Das merkt man auch bei den Leuten tatsächlich, das sind Leute, die also schon ein Standing in der Firma während ihres Studiums erwerben. Wir haben eine relativ individuelle Betreuung, kleine Kurse, in der Nachrichtentechnik sind wir sieben bis acht Leute im fünften, sechsten Semester. Das ist super angenehm, nicht nur für die Studenten. Natürlich die enge Praxisverzahnung, es ist ein schneller Bachelor, also Sie sind in drei Jahren hier fertig, Punkt, oder vorher rausgeflogen. Also Sie können nicht, ja das passiert auch, Sie können das nicht fünf Jahre oder sechs Jahre schleppen, das geht nicht. Sie haben eine ganz, ganz enge Taktung. Ich möchte das aber mal als Eigenschaft beschreiben, nicht unbedingt nur als Vorteil. Für den einen ist es ein Vorteil, für den anderen ist das nicht so toll. Und das ist ein Studium mit einem automatisierten Stipendium. Das ist so insbesondere für die Eltern interessant. Also die jungen Erwachsenen verdienen hier Geld. Das ist jetzt nicht üppig, das ist ein Auszubildendengehalt, mehr ist es letztlich doch nicht. Aber es ist auch mehr, als man am KIT kriegt. Da ist nämlich nichts oder das BAföG. So und Sie haben eigentlich super Chance, auf die Stelle danach ohne groß eine Bewerbung schreiben zu müssen. Also das ist dann so, der glatte Übergang kann es werden in die Stelle danach. Wenn Sie wollen, kann man, nachdem man ein Jahr in der Industrie wirklich gearbeitet hat, auch noch einen Master an der DABW machen. Sie können auch sofort einen konsekutiven Master machen. Es gibt mittlerweile auch hier einige Erfahrungen von Bachelorabsolventen hier, die dann am KIT oder an der Hochschule Karlsruhe, Hochschule für Technik und Wirtschaft weitermachen und da ihren Master machen. Oder Sie können das an der DABW mittlerweile machen, seit 2015. Das ist dann zentral in Heilbronn. Das ist so ein Blog-Studiengang, wo Sie alle paar Wochen dann ein paar Tage Vorlesung haben. Da gibt es drei Geschmacksrichtungen, Energie, Nachrichtentechnik und Automatisierungstechnik. Und das hier mit den Credit Points steht hier nur so. Ich kann das gerne erläutern, aber da muss man auch nicht auf die Details eingehen. Sie haben dann 300 Credit Point Master am Ende. Wenn Sie tiefere Einblicke kriegen wollen, ich habe einen YouTube-Kanal, suchen Sie einfach noch mal einen Namen. Oder ich habe eine Webseite, die heißt Dual Plus. Die URL war irgendwie frei. Dann habe ich sie mir gegriffen. Ich muss Sie allerdings warnen, das ist keine Werbeveranstaltung da, sondern das sind Original-Vorlesungen und die Zielgruppe sind meine Studenten. Also das habe ich im Prinzip hier über diese Kamera genauso aufgenommen. Sie werden einiges hier wiedererkennen dann auf den Videos. Das ist aufgenommen für die Studenten, damit Sie in der Klausurvorbereitung sich das nochmal angucken können. Wenn Sie da mal eine Stunde reingucken wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen, aber erwarten Sie da keine Show oder so. Das ist einfach eine Vorlesung. Auf der anderen Seite, Sie wissen halt dann, wie es ist. Vielen Dank.